Alles Komplett! Alles Komplett! Alles Komplett! Was glaubt ihr, Zeus hier. Willkommen zu Mecklenauf. Wir haben uns alle Szenen abgedreht, bald mit Samantha. Also mit ihr. Und wir sind schon sehr froh, es werden auch wieder ein paar Einspieler gezeigt, was wir so gedreht haben. Ihr seht, wir sind mega professionell am Start hier mit der Ultra Steadycam, Blader und einer Darstellerin. Und später kommt noch der Luki-Time, den werden wir uns gleich noch ein bisschen vorstellen. Ich hoffe, wir kriegen noch alle sechs in einem Raum einmal zusammen, damit wir einmal so eine Darstellerin machen können. Aber jetzt ist mein Gott! Musik 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 representing Musik 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 weil sonst geht es hier hin Achso, ja, ok